hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge starstable online schöne sache schöne sache was starstable hier eingefügt hat und zwar haben wir jetzt hier eine timeline zu hoppala da ist was runtergefallen zu starstables 10. geburtstag mit einer pferdigen überraschung denn wir kriegen nämlich ein pferd eventuell geschenkt ich glaube es immer noch nicht aber ich lasse mich nächste woche belehren es ist ja in sechs tagen und acht stunden soweit ich lasse mal die minuten und sekundenzahl weg denn selbst wenn starstable das hier so schön datiert hat ich wage zu bezweifeln dass das update genau an diesem punkt fertig sein wird weil wir wissen nicht wann sie anfangen wir wissen nicht wann die server offline gehen wir wissen nicht wie lang es braucht wir wissen nicht wie lange es braucht die server wieder hoch zu fahren und dementsprechend wissen wir auch nicht ob es auch pünktlich da sein wird also sage ich jetzt einfach nur in sechs tagen und acht stunden hat starstable seinen 10 geburtstag ich bin definitiv am start es wird lustig ich sage tschüss und bis zum nächsten mal